Schon mal, das ist ja schon mal ein brauchbares Ziel hier. So. Jetzt geh ich wieder zurück. Jetzt müsste ich erstmal gucken. Halt, nicht da hinlaufen. Wo das andere war. Das war ja am Turm gewesen, da hinten. Genau. Genau. Ja, 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 ja. So alle dicht beieinander, ne? Das ist mir grad mal so aufgefallen. Hm. Wenn, ist auch noch einer. Hilfe, ey. Fährt da grad ein Auto lang? Lol. Schiu. Ist das ein Heilwuhlzeichen da drauf auf der Säule? Oder hat mich das jetzt enttäuscht? Nee, es kennt's. Heilwuhl gar noch so eine Ruine. Tschüss. Hau ab. Moblinhuhn. Genau, die Große heißt Moblin, die Kleinen Boblin. Ein Schubstock. Ach, wie süß. Wie ist das? Ach nee. Ich hab grad gedacht, der hieß Regenbogen. Das wär ja witzig gewesen. Aber der Stein, der ist da wirklich auf ein Servietablett platziert hier. Komm mal hier. Juhu. Juhu. Tschüssi. Das war ja sehr offensichtlich gerade gewesen. Da ist da eine Blume. Nee, da ist keine Blume. Okay. Hier. Na, so ist nochmal ein Monsterlager. Monster, Monster. Ganz viele Monster. Ganz, 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 ganz viele Monster. Da ist doch immer nochmal ein Turm. Was ist denn das da? Müsste da auch so ein Posten sein, oder nicht? Alter Umschlagplatz. Aha. Maja Zinuo schreien. Wo ist denn das Queen? Das sieht da sehr komisch aus, ne? Woll mal. Kann ich das bewegen? Nee. Äh, warte. Komm, möchtest du ran? Nee. Äh. Kann ich das? Ii. Das sieht ja komisch aus, wenn du da so ringlitscht. Aber ich hätte jetzt gedacht, ich komme da auf die Säule rauf. Vielleicht komme ich da auch sogar rauf. Warte mal. Kann ich da mich so hinbacken? Ey, komm. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, der macht das jetzt. Dann warte mal. Äh. Äh. Was ist denn, wenn ich die jetzt, äh, so? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Das sieht zwar ein bisschen, äh, Sämis-Lunge aus. Jo. Komm. Äh, das kannst du doch jetzt gelten lassen, oder? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt im Ernst. Verstehe ich jetzt nicht. Das packt doch gerade ja nicht schon rum, kann halt sein. So, warte. Ja, komm. Öffne. Stand da öffnen. Ja. Stand öffnen. Das stand doch öffnen. Bitte. Nintendo. Bitte. Geh'n doch. Ich hab' keine Ahnung, was er hier treibt, ehrlich gesagt. Ich wüsste es auch zu gerne. Komm. Ja. Oh. Aua. Link klatscht da. Nicht drauf. Große Sonau-Energiesphäre. Eine gewaltige Sonau-Energiesphäre. Enorme Mengen Energie enthält. Bei der Regnerin wird für kurz. Der Frau braucht das. Hat die Rüge stoppt. Junge, Junge. Da ist ja was los. Gut. Ab in den Schrein. Hä? Wollte schon sagen, wo ist denn die Tür? Rinder! Mal zurück. Problemverzierung. Ja, was will man damit jetzt bezwecken? Es wäre schön, wenn dieser Scheiß-Controller-Diff nicht immer zu wehren. Es war ja wirklich nicht schwer jetzt hier gerade, oder? Aber ich weiß schon, worauf hier das Glowick hinausläuft. Wir müssen das Ding hier gleich mitnehmen. Dann lehnen wir das hier erstmal hin. Oh. Momentchen mal. Warte mal. Wenn ich das jetzt... Kann ich das Teil noch ein bisschen... Ja, kann ich so, ja. Hm. Ah, dann haben wir hier so ein Ding jetzt erschaffen. Ach, wie cool. Oh. Scheiße. Ha, ha, ha. Aber so müssen wir halt den machen. Den lassen wir jetzt nochmal so. Das heißt, quasi wie Golf spielen hier gerade. So. Und das müssen wir natürlich wegpacken. Das müssen wir wegpacken. Das müssen wir alt aus der Reichweite hier gerade nehmen. Sonst wird das nix. Ja? Ja, probieren wir mal. Ah. Nehmen wir mal hier ein anderes Messerchen hier. Ja. Oh, lol. Oh, what the fuck. Oh, Junge. Ich muss auf jeden Fall... Da links. Da links. Oh, was so mit Banda funktioniert ja auch nicht so richtig, ne? Hm. Könnte halt nochmal folgieren, noch ein größere Ding zu bauen. Oh. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht... Nee, Gott sei Dank. Nee, Gott sei Dank. Noch ein größerer Teil zu bauen. Boah. Gleich ist das ja schon eine Rätselzlösung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurücksetzen. Und dann gucken wir mal. Ups. Vielleicht haben wir das auch auf der falschen Seite gemacht. Das weiß ich jetzt halt nicht. Oh. Jetzt kommt der auf den Winkel dann drauf an, ne? Boah. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Oh. Ganz knappe Geschichte. Huch. Der fasst, fasst drüben hier. Argg. Es muss nur im richtigen Moment hier drauf werden. Also gleich, wenn er aufprallt, gleich schlagen. Nee, das ist zu weit. Es ist zu weit. Ja. Okay, dann haben wir das Rätsel schon mal gelöst. Das ist ja schon mal ganz... Ah, ja. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück... Ihr mit! Dann warte mal. Nee. Der kommt ein bisschen zu weit hier. Nee, das war... Muss nicht anerteilen. Lol. Hm. Hm. Das war ja nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oh. Ui. Tschü, Bruder. Tschü. Aber da musst du erst mal drauf kommen. Aber war echt cooles Rätsel. Hat echt Bock gemacht, da richtig cool zu Rätseln. Äh. Ey. Hat richtig Laune gemacht, Junge. Super. Bin zufrieden. Bin echt zufrieden. Und da haben wir auch alle Ton, ne? Ja. Wunderbar. Gute Sache, gute Sache. Gut, gut. Und dann haben wir schon mal wieder ein Herzcontainer voll. Beziehungsweise, was ist denn hier oben eigentlich? Das ist ja auch ein Turm. Guck mal erst mal kurz auf den Turm. Ein Turm, Turm. Und jetzt sehen wir mal gleich mal weiter, was da los ist. Ich glaube, ich sehe da oben auch gleich eine Blume. Ist das richtig? Das ist ja nicht normal, hier. Passiert aber nichts. Gut. Müssen wir erst mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich finde das scheiße, dass das nicht gespeichert wird. Sag ich dir jetzt mal ehrlich, so wie es ist. Oh, dann lassen wir das Mozilla jetzt einfach so wie es ist. Gab ja jetzt nur wirklich eine Spille. Dann lassen wir das so wie es ist. Hey, du bist ja ein Orni. Ich bin der Bruder. Kartografiertung? Ah ja. Es gibt nur hier eins. Sie wurden in allen Regionen der Welt gebaut. Mein Spielposten kennt sich am besten der K... Pura. Okay. Gut. Machen wir das jetzt am besten schnell. Ganz, 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 ganz schnell.